Die Fischer hier seien, dass dieser Ort verhext sei. Woran arbeitet er überhaupt? Ich wusste, wir sind an was Revolutionären dran, aber das hier hat das dreidiges Dynamit. Ich wusste, es geht nicht nur um Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen. Wenn ich meine Arbeit je für Explosiv hielt, dann auf sozialem Gebiet. Eine Pflanze fürs 21. Jahrhundert. Eine rekombinierte DNS? Nichts, alles raus! Alles in Ordnung? Was zur Hölle wollen Sie? Ich vertrete einen gewissen Auftraggeber, der sich für Ihre Formel interessiert. Weg! Ich will dieses Sumpfwesen. Ist Ihr Flugzeug abgestürzt? Ich fahr nur spazieren. vertreten Sie. Um.